Es ist Dienstagmorgen 8.30 Uhr, Zeit für einen Blick in die Märkte. Willkommen hier bei Tickmill und heute mit einem Blick in Euro, US-Dollar, britisches Pfund, Kandollar und Schweizer Franken, japanisches Yen. Das die wichtigsten Themen für heute, selbstverständlich hier und jetzt. Gerne auch Zeit den ein oder anderen Wunschmarkt mit zu besprechen und auch einen schönen guten Morgen hier an alle, die live zuschauen. Wir gehen natürlich immer wieder gerne auf Fragen ein. Deshalb die Einladung hier jeden Morgen neu. Olaf, danke für die Grüße, einen schönen guten Morgen. Bevor wir uns in die Handelsvorbereitung stürzen, wie immer der wichtige Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Gehen wir weiter in die Tagesnachrichten. Gestern war ja nun nicht wirklich an Nachrichten etwas los. Die Märkte haben sich trotzdem gut bewegt. Wir konnten sehr, sehr schön unsere Trades gerade in den Indizes ausführen. Der Markt hat uns hier die Chance gegeben, aus tiefen Korrekturen heraus aktiv zu werden. Das macht Freude und deswegen schauen wir hier jeden Morgen auch in neue Charts hinein. Wir sehen hier den Blick auf heute. Es gibt ein paar sehr wichtige Nachrichten. Zum einen mit Blick in Großbritannien. Da geht es hier um die Änderung der Arbeitslosigkeit und die Durchschnittseinkommen inklusive der Bonuszahlung. Wir wissen es ja, wenig Arbeitslose steigende Einnahmen. Das ist immer gut für die Wirtschaft. Damit es weiter brummt. Auf der anderen Seite, wenn es da etwas gibt, was nicht so gut ist, dann werden wir hier auch ziemlich schnell den Impact auf die Märkte sehen. Aus diesem Grund sind solche Nachrichten immer hier mit der Relevanz 3 gekennzeichnet. Dann um 11 Uhr hier an dieser Stelle mit der höchsten Relevanz auch noch die ZEW Konjunkturerwartungen für Deutschland. Ein sehr wichtiger Wirtschaftsindikator hier, worauf viele Händler auch schauen. Weil das Thema so wichtig ist, sprechen wir auch wie gewohnt sozusagen am Freitag über die Daten, die wir hier bekommen werden. Das Ganze also heute um 11 Uhr. Und dann hole ich gleich noch die Live-Daten rüber hier. Wir haben heute Morgen ja um 8 Uhr schon Wirtschaftsnachrichten bekommen. Und zwar den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Hier die Erwartung war gewesen. Wir sehen es hier 1%. Ich schaue gerade mal, wie wir es bekommen haben. Ja, die Verbraucherpreise sind hier auch bei 1% geblieben. Also hier gab es die erfüllten Erwartungen zu sehen. Was gibt es noch? Wichtiges im Laufe des Tages. 2, 3 Sachen haben wir da noch. Wir bekommen zum einen wieder mal die ein oder andere Rede eines FOMC-Mitgliedes. Dann gibt es hier noch einen OPEC-Monatsberecht. Öl ist ja immer noch wichtig für unsere Wirtschaft. Und wir können das Ganze ja hier auch sehr schön traden. Aus diesem Grund schauen wir da gerne auch hin. Gestern sind ja die Ölpreise zwischenzeitlich mal wieder etwas angestiegen, bevor sie dann doch wieder zurückgekommen sind. Und wir im Chart eine Hammerkerze gesehen haben. Und dann gibt es aus den USA am Nachmittag hier 14.30 Uhr eine Stunde vor offizieller Börsenöffnung noch die Nachrichten zu dem Export- und Importpreisindex. Also hier ein kleiner Ausblick aus den Nachrichten für den heutigen Tag. Und damit gehen wir direkt hinein in die Charts, in die Handelsideen für heute. Und hier, gut, den DAX schauen wir uns jetzt nicht an. Das haben wir gestern gemacht. Aber war doch interessant zu sehen, was wir hier bekommen haben. Schaut es, hier oben haben wir gestern Morgen das Ganze besprochen. Der Trade lief gut. Hier ging der Markt rein in unsere Zielzonen. So kann auch deutlich weiter hier nach unten. Also alles schön zu sehen. Wir konnten hier oben auch die Frage klären, wer nach uns verkauft. Was unten rauskommt, weiß man nicht. Aber wir sehen, es lief doch deutlich hier nach unten. Rein in die Charts für die heutigen Handelsideen. Wir starten mal hier mit dem Währungspaar Schweizer Franken, japanisches Yen. Weshalb habe ich es reingenommen? Interessanter Chartbereich, wo wir hier den Schweizer Franken, japanischen Yen gerade sehen. Wir haben hier ein dickes, grau eingezeichnetes Stauband um die Marke von 108,9 bis hier oben hin. 109,5. Das ist so ein Bereich, da könnten wir durchaus mal wieder Umkehr in Richtung fallender Kurse sehen. Deswegen habe ich es hier im Fokus. Wir sehen es hier in den letzten Handelstagen. Gingen die Märkte immer mal wieder hier rein in diesen Bereich. Konnten sich aber nicht etablieren. Jetzt sind wir per heute auch schon wieder in diesen Bereich hineingelaufen. Hier das Tageshoch von heute bei 109,021. Das heißt, was wir hier sehen ist, wir haben aktuell schön den Fortlauf der korrektiven Phase nach diesem Kursrutsch nach unten. Das Ganze kann durchaus, wie ich gesagt, auch noch etwas weiter gehen. Ein wichtiger Staubereich ist hier die 108,9. Hier oben haben wir noch einen Bereich, wo wir einen Seitwärtslauf hatten. Wir sehen es den ersten Schub. Dann gab es halt keine tiefe Korrektur über die Preisebene, sondern wir sind hier ein bisschen seitwärts gelaufen. Das ist hier dieses bärische Muster, was wir sehen, die korrektive Phase über die Zeit im Medium hier, die 109,5. Ohne Probleme können wir hier in diesen Bereich auch reinlaufen, muss man sehen. Aber was dann interessant wird, ist Nummer 1, kommt am heutigen Tageshoch Stärke rein. Das Ganze wäre durchaus etwas für den Intraday Trade. Kann man diese Stärke natürlich nutzen. Nummer 2, Thema Blick nach unten. Wir haben ja nach unten auch einiges an Potenzial liegen. Weshalb? Wir hatten hier Anfang des Jahres diesen starken Spike nach unten. Dann hier diesen trendförmigen Aufwärtslauf nach oben. Und dann haben wir hier den Bruch nach unten gehabt. Das heißt, wir sind von der Dynamik her wieder nach unten umgekehrt. Mittelfristig könnte es bei weiterfallenden Kursen durchaus sein, dass wir diesen Bereich hier unten um die knapp 106 japanische Yen noch einmal testen. Aber wir müssen erst einmal rumdrehen. Und wenn wir denn dann rumdrehen, dann haben wir alleine aus diesem Bereich, aus diesen Phasen, die wir hier haben, wenn wir hier runterlaufen auf die 107,6, was hier unten das aktuelle Zwischentief ist, haben wir doch einiges an Potenzial, wenn wir die Umkehr mitbekommen. Das heißt, sobald der Markt hier oben wieder rumdreht, haben wir die Chancen offen, in die Tagestiefs reinzulaufen. Da wäre zum einen selbstverständlich erst einmal das Tagestief von heute. Das haben wir liegen um die 108,5. Dann das Tagestief von gestern um die Marke von 108, knapp 4. Und dann hier unten noch von vorgestern. Warum gehe ich hier auf die Tagestiefs ein? Ich hatte ja gesagt, Intradihändler orientieren sich gerne am Vortageskursen. Das ist ganz richtig, wenn wir uns das Ganze hier aber in der untergeordneten Zeiteinheit der Stunde einmal anschauen, dann sehen wir einfach, dass das schöne Marken sind, die wir hier in diesem Schwingbereich nach oben finden. Da können wir uns daran orientieren. Und da kommen halt solche Marken hier auch mit ins Spiel, wo wir swinglos sehen können, um das Ganze mit zu besprechen. Also das ist auf alle Fälle mal eine Hausnummer. Die könnte man sich nach unten anschauen, wenn der Markt tatsächlich auch rumdreht. Dazu müssen wir erstmal die Umkehr bekommen, das heißt Schwäche reinbekommen. Aktuell sieht es noch nicht so aus, aber wenn das kommt, hinschauen, mitnehmen. Das ist ja die Devise. Dafür machen wir unsere Marktvorbereitung. Zweites Währungspaar. Wir blicken jetzt in britisches Pfund, kanadischer Dollar. Das ist doch mal eine feine Geschichte. Wir hatten die Währung vor kurzem schon auf der Uhr gehabt, als der Markt von unten nach oben gelaufen ist. Hier sind wir über diesen kleinen Zwischenbereich gelaufen und dann hier den Trendbruch gemacht und mit Blick auf das große Bild wieder in Richtung dieser übergeordneten Marktphase reingelaufen. Das heißt, was wir jetzt hier gesehen haben, war dieser blau markierte Bereich. Das war die Initialzündung, dass der Markt wieder in Richtung dieses dicken grün eingezeichneten Trends auch laufen kann. Jetzt sehen wir hier eine Korrektur und diese Korrektur läuft mal wieder in einem meiner Lieblingsmuster ab. Hier einer bullischen Flagge, enger Trendkanal, der hier nach unten läuft. Selbsttretend kann dieser Kanal noch deutlich weiter nach unten ausgeführt werden. Das heißt, hier wichtige Marke für die kurzfristige Entscheidung nach unten hin ist auf alle Fälle mal das Tagestief hier vom Freitag bei 1,74265. Wenn wir hier kurzfristig weiter runterlaufen, wäre das die Ausdehnung dieser korrektiven Phase. Anlaufmarken hätten wir dann hier das Zwischen-Swing-Low hier in diesem Bereich um die 1,73663. Beziehungsweise dann, das ist hier die letzte Station, bevor sich dieses positive Szenario wieder komplett rumdreht, wäre hier das Korrektur-Tief, beziehungsweise das aktuelle Trend-Tief. Wenn man mal diesen Trend hier anschaut, das wäre die Marke von um die 1,73200 hier unten dieser Bereich. Das wäre die Richtung nach unten und nach oben hin. Ich hatte ja gesagt, das Ganze ist in Konstellation eines eher bullischen Charakters. Heißt also, wenn wir hier oben rausbrechen, das wäre dann sehr positiv zu sehen. Anlaufpunkte wären dann hier selbstredend die Tageshochs erst einmal, die über uns liegen. Da haben wir hier das Tageshoch von gestern um die Marke von 1,75, knapp 2. Und dann müssen wir weiterlaufen in die Tageshochs hinein. Dann hier die nächsten sind die 1,75482 beziehungsweise 1,75717. Wir haben die Chance, hier oben in dieses Hoch reinzulaufen. Das ist das Hoch dieser ersten blauen initialen Long-Bewegung bei 1,77281. Darüber hinaus steht dann hier oben das Top im Raum. Aber bis dahin ist viel Zeit und wie schon beim letzten Chart gesehen, die Stunde gibt uns hier einen sehr, sehr schönen Ausblick darauf, was hier passiert. Wir sehen es selbst, wenn ich es mal noch etwas kleiner zoome. Das war die schöne trendförmige Aufwärtsdynamik. Hier hat sich jetzt der Abwärtstrend gebildet und hier haben wir dann das aktuelle Low. Und wenn wir dann den Trendkanal nach oben durchbrechen, hier ist es ja gestern schon mal kurz drüber gegangen, wenn wir es drüber schaffen, hier einen Aufwärtstrend zu formieren, dann haben wir die Chancen nach oben mitzulaufen. Also ein sehr schönes Muster für die Watchlist. Einfach auf die Lauer legen und zuschnappen, wenn der Markt an der richtigen Stelle ist. Und damit gehen wir noch zum Euro-US-Dollar. Hier wieder mal der Blick in den Tagesschart. Es hat sich einiges getan, seitdem wir das letzte Mal über den Euro gesprochen haben. Was sich nicht verändert hat, ist hier oben dieser Widerstandsbereich um die Marke von 1,12600. Hier sind wir gestern wieder reingestochen und sofort auf Verkäufe gestoßen. Es bleibt also weiterhin ein wichtiges Level im Markt. Und was jetzt wichtig ist, ist, gerade auch mit Blick in das kurzfristige Trading, wie es jetzt hier weitergeht. Wir sehen es, gestern hatten wir das Tief hier unten um die Marke von 1,12215. Heute sind wir mal ganz kurz drunter gelaufen und direkt wieder stärker reinbekommen. Der Hochlauf ist also da. Und es ist halt spannend zu sehen, was macht der Markt hier oben. Wenn wir wieder hier oben sind und Schwäche reinbekommen, könnte man durchaus kurzfristig etwas nach unten traden. Im ganz kurzfristigen Bereich bricht der Markt doch oben drüber raus, dann können wir uns etwas weiter nach oben orientieren. Hier beispielsweise das Hoch um die 1,13. Das sind Marken, die wir hier als Anlaufpunkte haben. Aber wenn wir doch wieder nachhaltige Schwäche reinbekommen sollten, dann hätte der Markt hier durchaus die Chance, nach unten zu drehen. Das heißt, Werte unter dem Tagestief von heute, das liegt aktuell bei 1,12188, wäre eine Bestätigung dieser Umkehrkerze von gestern und würde uns dann hier weiter nach unten bringen können. Das heißt, Anlaufpunkt zunächst erstmal hier beispielsweise dieses Tagestief bei 1,12102 oder hier unten dieser Swing-Bereich, dieses Swing-Low, was wir hier hatten, bei 1,11730 in diesen Bereich hinein. Das also die kurzfristigen Blicke in den Euro-US-Dollar hier in der Stunde sehen wir momentan halt diese Situation, wie wir sie hier haben, den Trending-Markt nach oben hier in den letzten Tagen auch drinnen gehabt. Hier hatten wir das letzte Korrektur-Tief. Das ist hier, was wir gestern gesehen haben, durch diese Umkehrkerze, die hier von oben nach unten mit reingekommen ist. Die hat diesen Trend hier rausgenommen und das ist das, was ich meine. Jetzt müssen wir einfach auf die Bestätigung warten. Das heißt, die Kerze, die wir heute aktuell laufen sehen, ist ja hier eine weiße Kerze. Wenn Sie den Chart farbig einstellen, wäre das dann eine grüne Kerze. Und das ist jetzt die Gegenbewegung zu dem, was wir gestern haben. Das heißt, wir haben erst einmal diesen Trend hier gebrochen, der hier nach oben gelaufen ist. Trendlose Phase momentan und jetzt kommt Zeit darauf an, was der Markt macht. Wenn das hier die trendbrechende Bewegung war und wir die korrektive Phase sehen und der Markt wieder rumdreht, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass wir hier eine Trendbildung sehen. Also hier unter das Tagestief von heute drunter laufen. Das wäre dann die Bestätigung auch von gestern. Und damit hätten wir die Möglichkeit, weiter nach unten zu traden. Und wenn wir uns diesen Chart hier einfach mal anschauen, wir haben die Punkte, liegen die Swing Lows in diesem Aufwärtsschub. Da haben wir den nächsten dann, wenn es hier drunter geht, halt um die 1,12,1 liegen. Beziehungsweise hier sehen wir einen Raum um die 1,11,7, der einiges an Beachtung gefunden hat, wo der Markt nicht einfach so durchgefallen ist, sondern nach oben gekauft ist. Und das sind dann Marken, die finden häufig hohe Marktbeachtung. Und da werden wir sehen, wie die Märkte, die Marktteilnehmer reagieren. Aber es ist auf alle Fälle mal ein Bereich, wo wir mit Action rechnen können. Und aus diesem Grund kann man da auch eine schöne Planung für mögliche Gewinnmitnahmen, für einen Short-Trade mit reinlegen. Das also zu den heutigen Handelsideen. Jetzt schaue ich nochmal in die Fragen hinein. Da sehe ich gerade nichts. Also hier brennt keinem was unter den Nägeln. Von der Seite her entlasse ich sie jetzt in den heutigen Handelstag. In der Viertelstunde geht der DAX in den offiziellen Handel. Das heißt, allen gute Trades. Und wir sehen uns morgen wieder um 8.30 Uhr. Blog-Eintrag gibt es vorher. Bis dahin, allen eine gute Zeit. Tschüss.